so hallo und herzlich willkommen zu zelda parallel world nun sind wir bei part 23 und ich bedanke mich dass ihr alle auch wieder anwesend seid so wie man sieht habe ich ja den letzten party gemacht aber erstmal darf ich noch kennig begrüßen der will auch noch ganz sofort kommen hallo und ich bedanke mich auch dass ihr bis jetzt alle dabei war herzlich willkommen zurück hallo kenny und wie viel geht es dir sehr gut und hier geht es auch sehr gut ich freue mich immer wenn ich wenn ich jemanden da habe der mich unterhält oder mit dem man sich unterhalten kann oder austauschen kann ich immer gut so jetzt gehe ich mal nach oben so in dem schloss brauchen wir ein bisschen konzentration haben wir diesen sack mal weg diesen feil diesen alten sagt da ja der bombenleger da also vor diesen skeletten muss man sich wirklich sehr sehr guten acht nehmen die ziehen einem verdammt viel herze ab so wenn man sich einfach wieder voll machen will einfach hier die fee holen so hier muss man auch sich sehr sehr guten acht geben bei diesen diese blöden außen so wie einfach nach oben so wer hat sich auch die karte will kann jedoch die karte holen dann habt ihr alles in diesem tempel so jetzt ist der stand natürlich sehr gut verschoben dann geht ihr einfach einmal wieder hoch und einmal wieder runter dann habt ihr es so immer schön dem weg folgen dann hast du auch dann ganz ganz schnell beim endgegner so wenn ihr den stein wisst damit man keine schnelle zeit verliert bei den augen für manche haben vielleicht gerade mal nur die normale magieleiste so dann geht es wieder nach rechts hier sind jetzt vier augen an jeder seite so und hier geht es auch schon zum endgegner am besten den blauen stab vom endgegner bereithalten und schon bin ich im endgegner ich folge dir so am besten haut drauf auf die augen was geht wenn die tot sind habt ihr keine probleme mehr und nicht in die mitte gehen weil er ab und zu blitze schießt auch an dich kennen ok ich mache es aber auf die sünde mit tot ich renne mit dem blauen stab in die mitte und versuche ihn früher zu killen mach das ich mache so wie ich ihn damals gemacht habe ein normaler length of the past ich habe seite nicht gespielt ich bin ein richtiger draufgänger deswegen so wenn ihr das habt sind am besten den pfeil und bogen haben wir auch keine probleme mehr aber passt mal dem einfallen des augen augapfel immer einfallenden augapfel und tot ist er so mal gucken was die schöne prinzessin zu sagen hat die geschichte lese ich euch gerne wieder vor zeit für kleine geschichtsstunde oder david ja los geht's so jetzt hör genau zu was sie zu sagen hat so aber schon ich habe diese aufzeichnung gemacht für den fall dass ich nicht vom parallel turm zurückkehren ich machte einen handel ein handel mit dem teufel wie meine mitstreiter sagen würden ein zauberer bekannt als kennen wollte mit uns zum parallel tun kommen er sagte es wäre das beste weil die sieben mädchen in diesem land der geerschutz benötigen zelder sagte nein aber ich will dass er uns trotzdem folgt er wusste nichts über unsere geheimnisse ich hoffe nur dass keiner mit mit reisenden mein reisenden mein betrug bemerkt mein name ist tamini und ich habe den vierten hinweis ignoriere die vorherige nachricht das ist nicht auf diese aufzeichen bezogen ende meiner aufzeichen nachricht wiederholen bloß nicht okay das war es nun hier machen wir müssen der speichern ende und fangen wir das somit von vorne an so ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit und bis zum nächsten pot tschau 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 tschau